Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge Rockbleed. Wir sind wieder zu zweit unterwegs. Jetzt schon der erste Angriff. Ja, aber das erste Gegendrückung. Ach nee, komm, die nächste Woche. Das läuft ja auch genau wie eben. Hallo, ich will den Ball treffen. Hab ich jetzt schon dreimal auf die Linie gehalten. Okay. 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 Oh, es ist eine X. Jetzt machen wir schon mal ein Tor. So, dann machen wir 15 Uhr wieder. Ja klar, jetzt können wir gehen so was. Ich kann machen, was ich will, ne, der geht immer in irgendeine Richtung. Immer. Hey, ich sag's auch. Ne, die verlassen ich jetzt. Ja, das ist immer so. Wenn wir mal gut unterwegs sind. Ups, sorry. Ach. Was war das jetzt? Ruhiges Spiel. Ruhig, ich hab schon mal auf die Liga gehalten. Ja, trotzdem ist es ruhig. Da hat keiner im Wald triff. Da hüpft er durch die Gegend. Schön! Schön! Ja! Habt ihr das gesehen? Habt ihr richtig herausgespielt hier? Bumm, an einem vorbei! Jetzt nochmal! Bumm! 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 Kein Boost? Boah! Oh, Latte. Oh, drüber. Oh, ich hasse das an die Wand zu fahren und dann nicht. Ich weiß wissen, was ich ansprechen lasse. Oh, ha, ha, ha. Ich hab nicht geblieben. Hey. 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 Super. Und stehe, steige ich auf? Ich steig mir Liga auf. Was heißt das? Ich hab keine Ahnung. Ich war Gold 2, jetzt bin ich Gold 1 Liga 4. Heißt das, ich bin in zwei Ligen runter, weil ich ein Spiel verlorne? Ja. Arme Leuchte. Du kannst... Ich hab ein Tor? Was? Wie soll man denn... Wie soll man denn aufsteigen? Ich hab ihn drüber gemacht. Ja. Ja, auch vom Balken. Ja. Ja. Jubel. Hab ich nie mitgekommen. Oh, neue Map. Na ja, die hab ich schon mal gespielt. Echt? Kann ich meinen. Zumindest hab ich die schon mal gespielt. Jawoll. Wahne. Höchste Konzentration. Ja, weil ich schon mal gespielt habe. Jawoll. Ja, das war mal ein Tor. Ja. Ich hab eigentlich gedacht, der geht in Lattu. so acht stunden ich habe eben das erste tor gemacht oder das erste ja springen wir mal beide vorbei bei mir ist der ball gerade von der einen enkel zur anderen gerutscht noch nie was passiert in dem spiel gar nicht ist musik bei dem spiel ich habe auch keine musik dabei mann ich denke ja weil es viel schneller warum krieg ich eine parade und das ist auch 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 sie bleiben gehen jetzt raus ach so 50 das ist selten das spiel zu Ende spiel nehmen was wir gewinnen ja und steigern ich bin zurück mal guck mal ich werde gleich wie viel hast du noch ein spiel ein spiel das das und das Ich glaube, er wird überraschend sein. schade 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 Alter, dieses Internet. Wir schießen die ganze Zeit, und die sind gleich einmal vorne, machen die vor. Ja. Die sind einmal alleine durch und sofort. Das ist ein Treffer. Ja. Ich stecke einfach ins Tor. Nein. 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 und leuchtet und leuchtet Gold Liga 1 Hey Gold, wo bist du? Gold Liga 4 Was für ein Gold? Liga 4 Ne was